Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der Tabellendritte Paderborn auf den zweitplatzierten Regensburg. Für beide Teams geht es zumindest an diesem Freitagabend um die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Insgesamt bekamen es die Ostwestfalen und der SSV bislang in 10 Pflichtspielen miteinander zu tun. Und 5 Mal gewannen die Paderborner und 4 Mal die Regensburger. Wir blicken rein in die Partie und schauen auf die 2. Spielminute. Magrides, Tänze, 20 Meter vor dem Tor, seine Gegenspiele aus und hat dann ganz viel Zeit und ganz viel Platz, um mit links abzuschießen. Und der trifft in die untere rechte Ecke und bringt Regensburg in Führung. Sein 2. Saisontor und die frühe Führung für Regensburg. 13. Spielminute. Der Schütze des 1 zu 0, Magrides, zieht einfach mal mit rechts aus dem Rückraum ab. Und der Aufsetzer flattert. Und Keeper Ruth kann die Kugel dann im Nachfassen festhalten. Schauen wir auf die 32. Spielminute. Michel hat auf der linken Seite den Ball und will dann ins Zentrum zu Platte legen. Die Kugel wird dann aber noch vom gegnerischen Verteidiger abgelenkt und gelangt fast ins rechte Tor. Tor Glück für Jan Regensburg. Die Hausherren nehmen hier mehr und mehr das Zepter des Handelns in die Hände. Die Angriffe der Paderborner sind dynamischer und zielstrebiger. So auch jetzt, 45. Spielminute kurz vor der Halbzeit, legt Platte nach einer Flanke von der linken Seite überragend per halbhoher Hacke in den Rückraum zu Michel, der dann direkt mit links abzieht und nur ganz knapp über den Regensburger Querbalken schießt. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Halbzeit. 63. Spielminute. Der eingewechselte Kai Pröger drübbelt über die rechte Seite durch den Strafraum der Gäste und kommt dann kurz vor dem Torraum zum Abschluss. Schlussmann Meier kommt raus und wirft sich in den Ball. Es bleibt beim 0 zu 1. Blicken wir auf die 71. Spielminute. Pröger bietet sich im Zentrum an, wird angespielt und schließt dann einfach mal aus über 25 Metern per Volley ab und trifft zum verdienten Ausgleich und zu seinem fünften Saisontor. 86. Spielminute und es gibt noch einmal Ecke für Jan Regensburg. Die Gäste haben in der zweiten Halbzeit kaum etwas geleistet. Die Ereingabe von der rechten Seite wird auch direkt am ersten Pfosten abgewehrt. Und dann ist Schluss hier beim Topspiel des zehnten Spieltags der zweiten Bundesliga. Der SC Paderborn und Regensburg trennen sich mit 1 zu 1. Der SSV begann flott und belohnte sich mit einer frühen Führung. Paderborn kämpfte sich zurück in die Partie und gab dann bis zum Schlusspfiff den Ton an. Das 1 zu 1 durch Pröger war mehr als verdient und der SC Paderborn war dem Sieg und der Tabellenführung ganz nah.